Gerade verdeckte Narzissten sind in der Kommunikation super anstrengend und vor allem noch schwieriger zu enttarnen. Und heute möchte ich euch mal sechs Dinge an die Hand geben, an denen ihr in Zukunft und das garantiere ich euch zu 100% in Zukunft rausfinden könnt, ob jemand verdeckt narzisstisch hier gerade bei euch unterwegs ist und eben durch Kommunikation versucht, euch da in so eine gewisse Richtung zu drücken oder eben auch für seine Zwecke zu manipulieren. Deswegen denke ich, das Video ist hier ganz wichtig, ihr Lieben. Herzlich willkommen wieder hier bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Mein Name ist Arti. Ich bin von Beruf Psychologische Beraterin, begleite euch hier jetzt schon seit über sieben Jahren und es geht hier um das wichtige Thema narzisstischer Missbrauch. Wenn du hier neu bist, abonniere gerne meinen Channel, drück auch auf das Glöckchen drauf. Wir treffen uns hier mit der Selbsthilfe Community jeden Donnerstag um Punkt 18 Uhr. Da kannst du mit mir und der Community auf der rechten Seite chatten. Ich freue mich riesig auf dich. So und gerade im Alltag ist es eben ganz oft so, dass du diese verdeckteren Varianten so erstmal gar nicht rausfiltern kannst, weil die sind so perfide und hintenrum unterwegs, dass du das erst viel zu spät merkst. Aber es gibt ganz klar ein paar Indizien, wo du es in Zukunft dran festmachen können wirst. Und dann lass uns jetzt direkt mal mit den wichtigen Punkten starten. Und einer der Lieblingssätze von verdeckten Narzissten ist tatsächlich, das habe ich dir doch gleich gesagt. So und wir wollen jetzt hier nochmal ganz kurz unterscheiden lernen. Wenn du das ab und zu sagst, dann ist das gar kein Problem. Aber dieser Satz hier, der wird von gerne, wie gesagt, verdeckten Narzissten andauernd benutzt. Denn es soll andauernd klargestellt werden, wie intelligent dieser Mensch ist und wie viel er doch alles weiß. Und du Blödkopf, hättest du mal besser auf ihn gehört. Und das schmiert er dir jetzt noch schön unter die Nase. Wenn ein anderer mal nicht auf dein Rat hört und dann eben sein Vorhaben misslingt, dann denkt man sich manchmal vielleicht diesen Satz. Aber du siehst ja schon, dass derjenige geknickt ist, eben weil es ihm jetzt misslungen ist, was er da vorhatte. Und da würde einem normalen, empathischen Menschen niemals einfallen, dem noch unter die Nase zu reiben. Das habe ich dir doch gleich gesagt. Aber damit schlägst du dem ja im Grunde verbal nochmal ins Gesicht zusätzlich und willst von oben herab ihm klar machen, du hast einfach nichts drauf hier. Und diese Art der Missgunst, wenn jemand eh schon am Boden ist, die ist tatsächlich ganz geläufig bei den verdeckteren Typen von Narzissten. Deswegen mach da mal so ein bisschen die Augen auf und schau da mal genauer hin. Ich weiß, es sind alles nur so ganz kleine Feinheiten. Aber auch darauf müssen wir achten lernen. Der zweite Satz, den du ganz oft von solchen Menschen hören wirst, und da werden sich jetzt bestimmt einige wundern, ist, nee, also das ist mir zu Mainstream. Hier mal für die älteren Generationen, Mainstream bedeutet der Masse folgend. Also das ist wie wenn der neue Tatort draußen ist und man am nächsten Tag darüber spricht, weil jeder guckt den neuen Tatort oder die meisten. Es geht um Dinge, die die meisten vielleicht gut finden. Oder das ist wie damals haben wir alle Wetten, das zusammen geguckt. Am nächsten Morgen wusste jeder, welche war die verrückteste Wette. Welche Wette fandest du am besten? Wo konntest du am besten mitraten? Oder wir können sowas wie EM oder WM nehmen. Oder meinetwegen, wenn DFB-Pokal läuft und eine letzte deutsche Mannschaft noch im Spiel ist. Da wird man direkt, da schweißt man sich zusammen und sagt, egal ob es jetzt die Bayern sind oder Dortmund, da ist man einfach mit dafür. Aber Mainstream-Hassen-Narzissten können die gar nicht ab. Warum? Sie sind ja so einzigartig und ihr Geschmack ist ja so exquisit. Den hat ja sonst niemand. Das heißt, hier geht es ganz klar in die versnobbte Richtung auch rein. Das ist typisch Snob. Das ist dieses, oh das findest du gut, naja, das ist mir zu Mainstream. Das mögen zu viele andere Leute auch. Und diese Menschen sind teilweise richtig anstrengend. Und wie gesagt, ich habe hier nichts gegen Leute, die außerhalb des Mainstreams unterwegs sind. Hallo, ich bin Mettlerin, ja, ich höre am liebsten Melodic Gothic, ja, und das ist eine sehr spezielle Richtung. Das heißt, ich bin auch nicht überall im Mainstream mit dabei. Aber Mainstream verbindet Menschen. Das ist so. Das ist ganz klar, so gerade wenn so ein großes Event ist oder so, ne, wo wirklich alle gesehen haben oder alle mitfiebern, ja. Das schafft Gemeinschaft. Das ist auch was Schönes, ja. Und da kapseln sich Narzissten aber ganz klar andauernd ab und wirklich bis ins kleinste Detail. Die wollen dann nichts mit zu tun haben. Und das ist, das ist aber nicht nur bei solchen Veranstaltungen so oder bei Musikgeschmack oder Filmen oder sowas, wo sie dann ständig sagen, nein, also da geht ja jeder rein. Ne, also das, ich gucke nur Filme mit Untertiteln, ja. Also das ist dann immer dieser ganz exquisite, nichts gegen einen exquisiten Filmgeschmack, meine Lieben, wie gesagt. Ich gucke auch manchmal Filme mit Untertiteln, weil einfach Originalsprache besser ist. Aber es geht um diese Häufigkeit, um diese Penetranz, die Narzissten da an den Tag legen. Und das ist eben nicht normal, ja. Und das heißt, du fühlst dich eigentlich andauernd wie der unwissende Depp. Kannst du dir so vorstellen, wenn du mit einem verdeckten Narzissten zusammen bist, wenn es um dieses Thema geht, fühlst du dich immer wie der Unwissende, der dir ja nur der großen Masse folgt und deswegen nicht wirklich weiß, was gut ist, ja. Und was wir dahinter haben ist natürlich, dass der Narzisst andauernd dir klar machen will, wie unfassbar besonders er ist und wie erlesend sein Geschmack ist und wie alle anderen total die dummen Schafe sind, ja. Und ja, jetzt muss ich auch mal kurz einen Schlenker in die Verschwörungstheorien machen. Damit will ich nicht sagen, dass das ganze C-Punkt-Thema in eine Richtung richtig gewesen wäre oder falsch oder was auch immer. Ich muss da auch ehrlich sagen, ich stecke da irgendwo in der Mitte fest. Ich verstehe die eine und die andere Seite, ja. Aber es ist nun mal so, dass diese Hardcore-Verschwörern, ich rede von den Hardcore-Verschwörern, Leute, wo du am Ende nur noch den Kopf schüttelst und sagst, was hat das jetzt mit dem Pyramidenbau zu tun, ja. Also die Richtung. Da sind oft verdeckte Narzissten zu Hause. Muss ich leider jetzt mal so sagen, wird es. Natürlich haben wir auch in die andere Richtung, in die wissenschaftliche Richtung, dann Versnobbte, die sich dann über die anderen lustig machen. Das heißt, du hast schon in beiden Spektren dann auch dieses Abfällige, ne. Aber das hast du eben in der Verschwörerecke auch. Die fühlen sich auch erleuchtet. Die meinen auch, sie wüssten als Einzige, ja, hier, die einzig wahre Wahrheit. Und sie werden die Erleuchteten. Und was, das stört mich nicht mal daran, ja. Sollen sie denken. Ist okay, ist auch in jeder Religion, so muss man auch dazu sagen, ja. Aber, wie sie damit angeben, darum geht es mir, ja. Ja, also, dass man sich dann hinstellt und sagt, ihr seid alle verblödete Schafe, die in der Herde rumlaufen, ja. Ja, also, dieses, ich stelle mich über andere, weil ich besser bin, weil ich ein geheimes Wissen habe, das du nicht hast. So, und jetzt möchte ich auch nochmal eine Lanze für die Religion brechen, weil da ist es eben nicht so. Ich bin ja auch Christin, ja. Und ich muss sagen, ja, natürlich haben wir Wissen, was andere nicht haben. Aber wir gehen nicht hin und stellen uns hin und sagen, wir sind besser als ihr, ja. Ja, und ihr habt ja das ganze Wissen nicht, also geht mir aus den Augen, ihr seid ja alle nur dumm und unwissend. Sondern wir gehen raus und sagen, hey, möchtest du was von dem Wissen abhaben? Ich möchte das gern mit dir teilen, ja. Also, deswegen siehst du Christen auch oft auf der Straße, die mit anderen sprechen, die in Kommunikation gehen, ne. Und das ist eben dann die gesunde Variante, okay. Aber dieses, ihr seid alle dumme Schlafschafe und ich stehe über euch, weil ich intelligenter bin, das ist purer Narzissmus, Entschuldigung. Also das, und wenn du dich da jetzt ertappt fühlst, dann denk doch nochmal drüber nach, ob das so gesund ist, wie du dich da verhältst. Weil, wie gesagt, Kritik an den Obersten hier, vollkommen berechtigt, da rennst du bei mir offene Türen ein, ja. Aber sich über andere zu stellen und die als dumm hinzustellen, und das gilt in beide Richtungen, ist purer Narzissmus, ja. Da möchte man ja gar nicht mehr in den Austausch gehen. Da ist man sich ja schon sicher, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, ne. Und die anderen sind blöd. So, und was da von der Presse abging, da in die andere Richtung, das war genauso gestört, ja. Aber damit ihr da mal so ein bisschen Feingefühl kriegt, es ist immer dieses über andere stellen. Ich weiß was, was du nicht weißt und deswegen bin ich intelligenter und darf dich abwerten. So, und das ist immer Narzissmus, in meinen Augen, persönliche Meinung. Der dritte typische Satz, den du oft von verdeckten Narzissen hörst, ist, das war mir klar. Ja, also das kommt gerade in Situationen vor, wo du denen was erzählst, was sie offenkundig noch nicht gewusst haben. Und hey, wir Menschen sind ja nicht unfehlbar, ja. Und wie gesagt, normale Menschen, also ich zum Beispiel, wenn ich irgendwas Neues erfahre, dann bin ich immer ganz happy und dankbar und sage immer, ach, das ist ja cool, ja. Und dann speichere ich mir das direkt ab und erzähle es weiter, ja. Bei Narzissen ist das so, die wollen eher so wirken, als wüssten und könnten sie alles. So, und alles, was dem widerspricht, passt nicht ins Bild. Das heißt, selbst wenn du wirklich jetzt Kommunikation mit denen machst und merkst, die hatten keinen Schimmer davon, die wussten das nicht, wird am Ende kommen, ja, das wusste ich schon. So, und das ist sehr abstrus und vor allem auch sehr unglaubwürdig, ja. Also selbst in Situationen, wo sie es nicht besser wussten, müssen sie so tun, als haben sie es besser gewusst. Und das ist halt dann auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise auch sozial, kann ziemlich peinlich werden, sage ich mal, ja. Weil, wie gesagt, empathische Menschen spüren ja dann, Moment mal, nee, das hast du eindeutig nicht gewusst. Und wenn du dann auch, du kannst ja dann auch Fragen draufstellen, ne, und sagen, hier, wie ist das denn dann so und so. Und dann haben sie keine Antwort, weil sie es einfach nicht wissen. Aber ein Narzisst würde sich halt eher total blamieren, als zuzugeben, dass er was nicht gewusst hat, ja. Also wenn du das Gefühl hast, da ist jemand, der hat es nicht gewusst, dann frag doch nochmal nach genauer. Und dann wirst du sehen, dass er höchstens das wiedergeben kann, was du gerade gesagt hast, aber wirklich zum Thema passend, kann er dir nichts sagen, weil er es halt wirklich nicht gewusst hat. Und das Nächste, was ich euch sagen will, und das ist sehr wichtig, jetzt passt bitte auf, weil das kommt nicht nur in Beziehungskonstellationen vor, sondern auch gerne in Eltern-Kind-Konstellationen, wenn der Elternteil toxisch ist. Und wenn das Kind dann meinetwegen schon erwachsen ist, egal jetzt, ob Mädchen oder Junge, dann lieben es narzisstische Eltern, ihre erwachsenen Kinder in der Öffentlichkeit bloßzustellen. So, wie gesagt, das passiert auch in Arbeitskonstellationen oder auch in Beziehungskonstellationen, aber ich habe das tatsächlich öfter in toxischen Familien erlebt, dass erwachsene Kinder quasi komplett bloßgestellt werden, in der Öffentlichkeit, sodass es alle mitbekommen, damit sie halt wieder in diesen State kommen von, ich bin ein kleines, dummes Kind und Mama weiß es besser oder Papa weiß es besser. So, und das kann anfangen bei, das willst du wirklich kaufen? Ey, da siehst du ja total bescheuert mit aus. Oder, äh, wieder ist noch Essen auf deinem Teller. Also, das wird jetzt aber noch aufgegessen. Also, das ist wirklich verrückt. Da hast du das Gefühl, da geht es um einen Dreijährigen, wenn du sowas mitkriegst und dann denkst du dir, was ist denn hier los? Also, das ist, ihr müsst euch vorstellen, das wird dann dermaßen übergriffig. Und wie gesagt, auch narzisstische Frauen machen sowas super gerne mit ihren Partnern, brauchen wir nicht drüber reden, weil die sehen die ja auch teilweise als Kind. Also, das ist, das ist total gaga. Oder, ähm, es wird immer auf, auf Unsicherheiten eingegangen, ja, also, wenn, wenn dieser Mensch schon öfter Probleme mit seinem Gewicht hatte oder so, weil er eine krankhaft narzisstische Mutter hat, die, die penibel ständig darauf geachtet hat, dass da kein Gramm zu viel ist, dann wird er auch sehr gern Foodshaming betrieben, ne? Oh, da hast du dir jetzt aber was Großes bestellt, ja? Äh, das ist aber keine Kleinigkeit, ja? Also, dass, dass dieser Mensch sich einfach andauernd wie, wie gemobbt fühlt, ja? Kennt ihr, kennt ihr das noch in, in der Schule? Also, ich musste das leider mal erleben, wo du, äh, wo du dann mal eine Zeit lang gemobbt wurdest von einem Grüppchen, das ist ja immer so ein Grüppchen, ne? Ich bin ja auch Mobbingberaterin mittlerweile, die Feinheiten, aber das ist ja immer ein Grüppchen. Und da reicht es ja schon, wenn der Gemobbte nur vom Lehrer drangenommen wird und eine Zahl ausspricht, die dann richtig ist, ja? Also, einfach sagt die richtige Antwort. Das Grüppchen wird ein Grund finden, sich darüber lustig zu machen. Auch wenn derjenige vielleicht nur 42 gesagt hat, ne? So, und genau diese Art von Mobbing legen Narzissten oft an den Tag in der Öffentlichkeit. Genau dieses ständige, ich stehe über dir, haha, weißt du noch, wie peinlich du da einmal warst? Oder wenn ihr zum Beispiel, wenn es eine Beziehung ist und ihr mit Freunden unterwegs seid und dann erzählt irgendwer irgendwas über Bier, so, und dann sagt auf einmal die Narzisstin neben dir, boah, weißt du noch, das eine Mal, wo du einmal zu viel Bier hattest und dann hast du dir in die Hose gemacht. Ja, das heißt, da werden Storys ausgegraben, die normaler Mensch niemals erzählen würde und schon gar nicht vor irgendwelchen Freunden, die oder Bekannten, die da, das ist dann immer sozial mega unpassend, weil Narzissten haben kein, kein Gefühl für soziales Miteinander. Das heißt, es ist oft total unpassend, was da abgeht, ja? Aber genau solche Dinge werden dann aufgetischt, ja? Oder, äh, wenn sich dann jemand, weiß ich nicht, ein Tequila bestellt, dann sagt die Narzisstin, jetzt pass aber auf, normalerweise kriegst du immer Dünnsches von Tequila. Und das wird dann aber so laut gesagt, dass, dass es jeder mitkriegt im Restaurant oder in der Bar, meinetwegen, ne? Also dieses öffentliche Bloßstellen, achtet da bitte mal drauf, das machen die andauernd, um sich halt einfach gut und, und besser zu fühlen als ihr. Und damit natürlich der Fokus auch ständig auf ihn ist, als der lustige Geschichtenerzähler. Dass du darunter leidest, weil es für dich eben nicht nur Späße waren, ja, so emotional intelligent sind die Leute dann halt nicht, ne? Was mir gerade bei, ähm, bei den verdeckten Narzissen schon öfter aufgefallen ist, ist, dass sie sich gerne als empathisch verkaufen. Es gibt ja auch mittlerweile total bekloppte Studien, die sagen, dass Narzissen hochsensibel sind. Ich gehe da jetzt einfach mal nicht drauf ein. Ja, danke. Also, äh, ne? Und wir wissen ja, wir wissen ja alle, dass die Narzissen nur diese kalte Empathie haben, also die unechte, die nichts mit echter Empathie zu tun hat. Aber ich finde, dass Narzissen sich eben, um auch da wieder rauszustechen, das ist mittlerweile halt, ähm, öfter rausgekommen jetzt, also jetzt durch die Aufklärerkanäle und so, glaube ich, dass das, dass das Credo ist, wenn du hochsensibel bist, wenn du ein empathischer Mensch bist, dann bist du ein guter Mensch. Oder das ist eine Wertung, die bringen die Narzissen rein. Das ist okay. Das ist, wenn man hochsensibel ist, und da kann ich aus Erfahrung sprechen, dass das auch ziemlich hart sein kann, gerade in einem überfüllten Raum zum Beispiel, war ich Sonntag in einem Müller drin, im Bahnhof, dass du da alle Energien auffängst, die da auf dich einprasseln, von allen Menschen, und dass sich das vollkommen überrennen kann. Darum redet natürlich niemand. Natürlich ist es schön, hochsensibel zu sein, aber es hat auch seine Schattenseiten. Das ist ganz klar. Nein, worauf ich hinaus will, ist, Narzissen sehen ja dann auch jetzt in den Medien, oh, empathisch ist gut, empathisch ist schön. Das heißt, sie fangen an, sich empathisch zu nennen. Dann sind sie nämlich wieder besonders. Klar. So, für uns Empathen und Hochsensiblen ist das einfach was Normales. Wir machen das nicht, um aus der Masse rauszustechen, ja, sondern wir sind einfach so, und wir müssen das auch nicht jedem aufs Auge drücken. Aber Narzissen schon. Und dann achte bitte aber auch darauf, wenn jemand sagt, er wäre empathisch, was er dann teilweise für Geschichten erzählt. Ich habe gerade gesagt, dass gerade in kranke Pflegeberufen oder auch in sozialen Berufen gerne verdeckte Narzissen unterwegs sind. Und was die euch dann teilweise für Geschichten erzählen, für grausame Sachen, wo teilweise Patienten echt gelitten haben. Ihr wisst, was teilweise in Altenheimen abgeht, weil einfach zu wenig Personal da ist, ja. Richtig schlimm. Richtig schlimm. Und da kann es eben sein, dass so ein Narzisst dann kommt und sagt, haha, ich habe den Herrn so und so da gefunden und der lag da schon fünf Stunden in seinem eigenen, naja. Und dann fängt er an, darüber zu lachen und findet das lustig. Und dann sitzt du da und denkst dir so, Moment, irgendwie habe ich gerade den Witz nicht verstanden. Der arme Kerl, was hast du denn dann gemacht? Achso, ja, nee, dann habe ich mich um den gekümmert, aber das war halt lustig. Das heißt, jemand kann sagen, dass er empathisch ist, aber du wirst an der Art der Geschichten erkennen, die er erzählt, ob es wirklich stimmt. Ein Empath findet sowas nicht lustig. Ein Empath würde da wahrscheinlich entsetzt ein Tränchen verdrücken und sofort helfen, statt da zu stehen und zu lachen. Wo ich mir gar nicht vorstellen möchte, wie das für den alten Menschen sein muss, der dann da in seinem eigenen liegt, seit Stunden und Hilfe braucht. Und dann auch ausgelacht wird. Also das sind teilweise Zustände, da denkst du dir auch, und sowas arbeitet dann irgendwie in der Pflege oder im Krankenhaus. Das ist gruselig. Und ein weiterer sehr wichtiger Punkt, auf den du ab jetzt dann achten wirst. Ich nehme hier das Dating aus. Das erkläre ich dir gleich nochmal, warum. Aber alles außerhalb des Datings, okay? Bei Narzissten findet immer nur ein Monolog statt. Kein Dialog. Ein Dialog ist, hallo, wie geht es dir? Gut, wie geht es dir? Ach ja, ich hatte einen schweren Tag. Ach ja, okay, krass. Wie geht es dir damit? Ja, nicht so gut. Okay, kann ich irgendwas tun? Nein. Okay, wie geht es dir denn? Ja, so, mir geht es heute ganz gut. Ich hatte einen schönen Tag. Ach so, erzähl doch mal. Ja, bla, bla. So, das ist ein Dialog, ja? Beide sind interessiert aneinander. Beide interessieren sich auch dafür, wie es dem anderen geht. Fragen auch nach, wenn es ihm nicht gut geht, was man tun kann, wenn man was tun kann, etc. Ein Dialog, okay? Von VIO2, griechisch, Dialog. So, Monolog von Monos, einer. Das ist immer alles griechisch, merkt er selber. Monos ist immer einer, alleine. So, und Narzissten, das habe ich nämlich irgendwo mal gelesen, das fand ich richtig gut. Narzissten sprechen niemals mit anderen, sondern nur über sich selbst. Und das ist wichtig, dass du das erkennst, weil gerade bei den verdeckteren Varianten hast du nicht das Gefühl, dass die über sich selbst reden. Aber sie schaffen es, hintenrum irgendwie immer wieder die Diskussion auf ein Thema zu lenken, über etwas, was sie erlebt haben. Hallo, wie geht es dir? Mir geht es heute schlecht. Also, jemand fragt dich, Hallo, wie geht es dir? Du antwortest, mir geht es heute schlecht, denn auf der Arbeit war ein Kollege, mit dem vertrage ich mich nicht so gut. So, dann wird der Narzisst nicht antworten, das tut mir voll leid, kann ich irgendwas tun? Nein, der Narzisst wird antworten, oh, das kenne ich, nämlich ich hatte auch schon mal einen Kollegen und dann fangen die an, dann fangen die an, stundenlang darüber zu reden, was sie dann mit dem Kollegen erlebt haben. Es geht dann überhaupt nicht mehr um dich und dass es dir nicht gut geht. Und so machen es gerade die Verdeckten. Ja, die kommen immer nur mit, ich habe das auch schon oder bei mir war das auch schon. Hier wieder Achtung, die Intention ist wichtig. Es gibt auch Empathen, die wollen helfen, die wissen dann, es ist vielleicht ein speziellerer Weg und die fangen dann an mit, ich habe das auch schon mal erlebt, bei mir hat das und das geholfen. Wenn man das sanft macht und nicht so oft, dann ist es nicht toxisch. Aber ein Narzisst wird immer wieder von sich selbst reden und der ist eben in der Intention gar nicht daran interessiert, dir zuzuhören oder dir zu helfen, sondern er will im Grunde immer nur wieder das Thema auf sich selbst lenken. Und dann werden Kleinigkeiten auch andauernd mega aufgebauscht. Das wirst du merken, es wird stilisiert und da wird dann ständig was dazu erfunden. Ja, also das merkst du auch, weil es ist fast histrionisch, es ist dramatisch, es ist einfach nicht real. Und das merkst du während dieser Kommunikation, die ja nicht wirklich eine ist. So, und du merkst, wenn du darauf Acht gibst, dass du im Endeffekt nur dafür da bist, das zu kommentieren, was der andere da palabert. Und ich muss wirklich palabern dazu sagen, weil es ist nichts anderes. Und gleichzeitig, und das merkst du, wie gesagt, dann auch läuft das Gespräch nicht. Es ist kein flüssiger Dialog, weil, und ich sage dir, warum der andere keine Gegenfragen stellt. Narzissten stellen ganz oft keine Gegenfragen, außer sie stellen eine, weil sie was über dich rausfinden wollen, um es später gegen dich zu benutzen. Hier ist wieder die Dating-Situation. Da kommen Gegenfragen. Oder, weil sie über ein Thema reden wollen, was sie aber dann erst bei dir ankratzen müssen, damit sie dann auf sich lenken können. Das sind die einzigen Gründe, warum Narzissten jemandem eine Gegenfrage stellen. Und was Narzissten natürlich auch sehr gerne tun, gerade die verdecken, da kannst du ab jetzt auch mal gerne drauf achten, ist, dass die Hälfte ihrer Kommunikation meistens entweder darin besteht, dass sie sich über jemanden beschweren oder über jemand anderen lästern. Das sind die beiden wirklich Hauptdinge, die verdeckte Narzissten super gerne machen, weil auch da kriegen sie ja dann wieder Mitleid und Bestätigung. Nein, du bist ein ganz toller Mensch. Das sind dann diese Facebook-Freunde von früher. Kennt ihr die noch? Also ganz früher, wo Facebook angefangen hat, da gab es immer diese Drama-Queens, die gesagt haben, Ich lösche jetzt meinen Account. Da kam dann mitten in der Nacht um drei Uhr so ein Post, Ich lösche jetzt meinen Account. Und dann haben alle Leute drunter geschrieben, Oh Gott, was denn los? Ja, jetzt überreagier mal hier nicht. Und gut, Facebook ist mittlerweile ein altes Eisen, aber das siehst du jetzt mit den ganzen TikTokern und YouTubern und so. Da gibt es YouTuber, die alle drei Monate verkünden, ich höre jetzt auf, weil hier die armen, die bösen anderen mobben mich und so. Und ich muss jetzt hier weg und keine Ahnung. Nur um dann irgendwie wieder 300 Kommentare zu kriegen, Du Arme, das tut mir aber leid, komm doch zurück, mach das doch nicht, du bist so toll. Und am Ende bleiben sie dann halt doch. Ja, also das ist dann dieses ständige Drama. Ja, und wie gesagt, Narzissen lieben Drama, stecken ständig in Drama fest und das Drama kann einfach nicht von ihnen lassen und sie auch nicht vom Drama. Also wenn du so eine Art von Kommunikation merkst, dann kann es sehr gut sein, dass du mit einem verdeckten Narzissen zu tun hast und dann kannst du eben dann auch deine Konsequenzen ziehen, welche auch immer das sein mögen, ihr Lieben. Jetzt sollen wir dafür sorgen, dass das Video sich ganz weit verbreitet. Gebt doch mal einen großen Daumen nach oben oder nach unten. Bewertet das Video. Sagt mir, wie ihr es gefunden habt. Damit der YouTube-Algorithmus getriggert wird und das Video sich automatisch verbreitet, da braucht ihr gar nicht viel mehr tun. Als zweites, weil wir ja eine große Selbsthilfe-Community sind, ich möchte jetzt mal hören, welche Sätze von verdeckten Narzissen habt ihr denn schon gehört, die euch wirklich im Kopf geblieben sind, weil sie so absurd waren. Weil ich bin hier nur eine Person, aber die Community hat mittlerweile fast 78.000 Follower. Unfassbar. Wir sind echt die größte Narzissmus-Hilfe-Community Deutschlands. Das ist unfassbar. Also sprengt die Kommentarspalte, helft anderen, schreibt eure Erfahrungen in die Kommentare. Weil wie gesagt, die meisten, die hier zuhören, die sitzen noch mittendrin und kann sein, dass dein Kommentar ausschlaggebend dafür sein könnte, dass diese Person sich endlich trennen kann. Und als drittes, wie immer, nutzt euren Buschfunk, verteilt das Video, WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, ihr kennt das alles mittlerweile. Zeigt es euren Bekannten und Freunden oder jemandem, wo ihr sagt, oh, ich glaube, der ist in so einer Konstellation gefangen und merkt es nicht. Also verbreitet das Wissen, damit es ganz vielen helfen kann, ihr Lieben. Ich wünsche euch morgen ein wunderschönes Wochenende, würde sagen, wir sehen uns hier nächste Woche um 18 Uhr wieder. Macht's gut, eure Arti.